Moin Leute, Stiftung Warentest hat Balkonkraftwerk getestet und mein Urteil zu diesem Test? Mangelhaft. Physikprofessor Hundhausen und ich haben uns den Test ganz genau angesehen und werden euch erklären, warum der Test an einigen Stellen fachlich echt problematisch ist. Aber auch was für ein Schaden für kleine und wirklich gute Shops angerichtet wurde. Denn das ist leider alles andere als witzig. Stiftung Warentest hat mich nach meiner Ankündigung dieses Videos hier zum Gespräch eingeladen und die Behandlung uns gegenüber, die war so... Ach ja, und ich habe noch geleakte Daten über den von der Bundesnetzagentur vom Handeln genommenen Wechselrichter Heumals HM800. Das ist ein Wechselrichter, den vielleicht sogar viele von euch benutzen und kann euch heute im Detail verraten, was der Grund dafür war und inwiefern euch das betrifft. Also, los geht's! Hier seht ihr jetzt die Bewertungskriterien für die Balkonkraftwerke und die Stromerzeugung, also Wirkungsgrad mit und ohne Schatten. Und die nehmen 40 Prozent ein, also den größten Anteil an diesem Test. Und das finde ich sogar okay, denn das ist ja auch so, würde ich sagen, der wichtigste Punkt für euch. So, jetzt hören wir uns aber mal an, was hier in Stiftung Warentest-Mitarbeiter im HR-Fernseher, also den Öffentlich-Rechtlichen, erzählt. Wenn man die Anlagen jetzt zu einem Viertel abdunkelt, dann sackt die Stromproduktion schon um teilweise mehr als die Hälfte ab. Also besonders deutlich war das bei EPP Solar und Anker. Und wenn die Hälfte der Anlagen im Schatten oder im Dunkeln liegt, dann erzeugen sie alle überhaupt keinen Strom mehr. Puh, hier muss der Lackanteil in der Nahrung wirklich hoch gewesen sein. Yummy, yummy, yummy. Ja, Leckerchen. Nein, nein, Scherz. Also wie gesagt, jetzt nur ein Witz. Aber was ist jetzt eigentlich unser Problem? Also jetzt mal im Ernst, passt auf. Ziehen wir uns mal rein, wie Warentest den Verschattungstest durchgeführt hat und stellen das gleich auch mal im Experiment nach. Dann versteht ihr erstens, wie viel über Verschattung, also ihr werdet auch was lernen. Und zweitens wird klar, wo unser Problem eigentlich genau liegt. Also wir sehen jetzt hier auf diesem Bild, dass irgendwie Pappe auf das Solarmodul gelegt wurde und dann gemessen, inwiefern die Leistung dann einbricht. Ich bitte euch hier die sauber geschnittenen Ränder genau zu beachten und auch die Platzierung, also wie exakt die ist, denn das wird gleich noch wichtig werden. So, hier seht ihr jetzt ein typisches Solarmodul, so wie es heutzutage verkauft wird, wie ich es jetzt hier auch wirklich bei uns draußen im Garten stehen habe. Und jetzt die fette Frage, was passiert, wenn da Schatten draufkommt? Und das hängt jetzt extrem davon ab, wo der Schatten drauffällt und wie stark er ist. Denn so ein Modul ist quasi in sechs Bereiche aufgeteilt. Und ganz einfach gesprochen kann jeder dieser Bereiche auf dem Modul mehr oder weniger unabhängig funktionieren. Aber wenn einer dieser roten Bereiche auch nur eine Zelle verschattet hat, dann fällt der gesamte rote Bereich aus. Also innerhalb eines dieser roten Bereiche ist das wie ein Flaschenhals sozusagen. Das schwächste Glied limitiert dann den gesamten Bereich. So, aber warum sind jetzt die roten Bereiche eigentlich unabhängig? Also woran liegt das? Es liegt daran, dass hier sogenannte Bypass-Dioden verbaut sind. Und die tun genau das, einen Bypass legen. Also das heißt, wenn der Bereich nichts mehr bringt, dann wird er praktisch einfach überbrückt. Und das ist in der Regel mit kleinen Verlusten verbunden und so. Also es funktioniert nicht 100% perfekt, aber das soll uns jetzt hier mal gerade egal sein. Zusätzlich gibt es noch diese blauen Bereiche, die ihr hier erkennt. Das sind wirklich parallel geschaltete Bereiche, also links und rechts. Man hat dann in der Mitte diesen dicken silbernen Streifen. Das ist dann da, wo die dann zusammenkommen und die agieren damit vollständig unabhängig. Also selbst wenn ein blauer Bereich vollständig verschattet ist, funktioniert der andere immer noch zu 100%. Also das ist auch eine gute Sache und daher kommen diese Bereiche dann zustande. Okay, so jetzt stellen wir mal einen Test von Warentest nach. Die haben jetzt so eine ausgefranste Pappe draufgelegt und jetzt ist die Frage, was passiert hier eigentlich jetzt physikalisch? Der rechte obere Bereich liefert jetzt 100% seiner Leistung und der gesamte linke Bereich, auch unten rechts, wird nichts liefern, da dort immer mindestens eine Zelle vollständig verschattet ist. Und jetzt denkt an den Flaschenhalter. Selbst eine Zelle vollständig verschattet reicht dann in einem so roten Bereich aus und dann ist der tot. So und jetzt bleibt nur noch der Bereich rechts in der Mitte. Und da steht ein Fragezeichen. Warum? Guckt euch mal ganz genau die Zelle unten links an. Da seht ihr, dass was diese Zelle jetzt noch liefert, begrenzt jetzt quasi den gesamten Strom des Bereiches. Und diese eine Zelle ist hier der Flaschenhals. Und das Problem ist jetzt, je nachdem, wie die Pappe dort gelegt ist, wenn die nur ein klein wenig bewegt wird oder die Fransen da irgendwie da sind, dann kann diese Zelle ihren Strom halt wirklich ändern. Also ihr seht, dass das wirklich da, das ist ganz genau quer drüber. Und je nachdem, wie stark die verschattet ist, ändert sich das. Und damit kann der gesamte Bereich dann abgesenkt werden. Und der Einfluss auf das Gesamtmodul wird hier vermutlich irgendwo so zwischen 0 bis 10% dieses Bereiches liegen. Also wenn wir das jetzt mal so grob einschätzen müssten. Je nachdem, wie die Pappe oder auch die Fransen liegen. So, und wenn das jetzt hier dem echten Testaufbau entspricht, dann habe ich persönlich sehr große Zweifel an der Genauigkeit des Tests. Und es ist durchaus denkbar, dass Stiftung Warentest hier nichts anderes als die Lage der Pappe und die Fransen gemessen hat. Gleich nochmal ein Experiment, wo das nochmal etwas deutlicher wird. So, das ist jetzt aber nicht der einzige Punkt. Hier zum Beispiel seht ihr ja diese Zellen. Und von den Teilen gibt es auf einem Modul, so standardmäßig, also von denen von Stiftung Warentest getestet sind es 108. Also 108 von diesen Zellen sind da drauf. So, und jetzt herzlichen Glückwunsch, denn dieses eine Trina-Solar-Modul, was Stiftung Warentest auch getestet hat, hat 144 Zellen statt wie die anderen die 108. Ja, das rechte Bild ist jetzt das mit 144 Zellen. Und diese sind natürlich kleiner, weil es einfach mehr sind. Und dieser kleine Bereich in der Mitte links unten, welcher jetzt praktisch das gesamte Ergebnis beeinflusst, macht es jetzt eigentlich hauptsächlich nur, weil er kleiner ist. Ein bisschen gemein auch. So, sprich, die Tests sind eigentlich nicht wirklich vergleichbar in meinen Augen. Also zumindest gibt es hier ein großes Fragezeichen, wie Stiftung Warentest das jetzt beispielsweise hier berücksichtigt hat oder halt auch nicht. Beziehungsweise gilt es nur für diese eine Schattensituation. So, was ich jetzt damit unterm Strich sagen will, ist, dass die Tests in meinen Augen eigentlich gar nicht mal richtig vergleichbar sind. Und was man sich hier auch nochmal klar machen muss, ja, diese Tests, die die hier gemacht haben, die gelten auch nur für diese eine spezielle Schattensituation. Also wenn ich wirklich eine vollständige Verschattung über der Diagonalen habe und das tritt in der Realität einfach niemals auf. Das ist Quatsch. Also so eine Verschattung, also wenn ich jetzt wüsste, ich habe so eine Verschattung, würde ich einfach sagen, lass das. Das ist ja Quatsch. Inwiefern Stiftung Warentest das jetzt alles berücksichtigt hat? Keine Ahnung, denn die Dokumentation dafür ist viel zu dünn. Ich vermute persönlich aber gar nicht. Ich erzähle euch aber ja auch gleich noch, was in dem Gespräch mit Stiftung Warentest eigentlich rausgekommen ist. Denn da hätten wir solche Fragen klären können. So, die andere Seite ist, inwiefern ein solcher Schatten überhaupt eine Relevanz in der Realität hat. Fragen wir doch einfach mal Physikprofessor Hundhausen, der sich ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren mit Solarmodulen beschäftigt und mit dem ich das Ganze hier gemeinsam recherchiert habe. Martin, was hältst du von dem Test? Ist er für einen Käufer wirklich hilfreich? Also insbesondere diese Schattensituation hier. Naja, es wird da irgendwie Verschattung simuliert, indem man da irgendwie was drüber deckt, Pappe oder so. Und das ist dann eine Verschattung 100% und Null. Und das halte ich nicht für relevant, weil normalerweise kommt der Schatten von einem Baum, der weiter entfernt ist. Spielt dann auch eine Rolle, aber in der Art lässt sich der Netz simulieren. Und deswegen glaube ich nicht, dass das besonders hilfreich ist. So, und jetzt bleibt natürlich noch ein großes Fragezeichen und das ist jetzt hier der Wechselrichter. Das Thema Wechselrichter ist super kompliziert und sprengt jetzt hier heute den Rahmen. Zudem konnte man in dem Test von Stiftung Warentest gar nicht sehen, ob die für diese Schattentests den Wechselrichter überhaupt genommen haben oder ob das irgendwie anders extern gemessen haben. Also das heißt, wir wissen eigentlich hier gar nicht mal genau, was Stiftung Warentest hier eigentlich 100%ig gemacht hat, zumindest was den Wechselrichter angeht. Wenn euch das Thema Schatten und Wechselrichter interessiert, schreibt gerne einen Kommentar unten und vergesst das Abo nicht, denn da werden wir auf jeden Fall noch eine Folge machen, denke ich. Zumindest wenn das Interesse bei euch groß genug ist in das Thema Schatten und Wechselrichter, da gibt es jede Menge Schwachsinn auch im Internet und da kann man, glaube ich, sehr, sehr gut nochmal aufklären. Das ist halt mega spannend. So, Professor Hundhausen hat jetzt mal ein paar Verschattungsbilder nachgemessen und ich zeige euch jetzt einfach mal die Ergebnisse und wir schauen mal, ob es das ist, was wir für diesen Test auch erwarten würden, also von diesen Segmenten und so, wie ich es euch eben gezeigt habe. Ziehen wir uns jetzt das erste Mal rein. Die Erwartung wäre jetzt hier 50%, ja, denn der rechte Teil bringt ja noch die volle Leistung und links kommt einfach nichts mehr rein, weil in jedem Segment mindestens eine Zelle verdeckt ist. Also das Modul müsste, wie gesagt, ungefähr Pi mal Daumen 50 Grad bringen. Ja, unsere Messungen sind jetzt nicht genau, aber so ungefähr. So, mal sehen wir jetzt, Martin hat jetzt hier 56% gemessen, da sind schon verdammt nah dran. Zusätzlichen 6% könnten daher kommen, dass es sich um ein bifaziales Modul handelt, also es kann auch ein klein wenig von hinten bestrahlt werden, kann aber auch einfach Messungenauigkeit sein oder die Sonne war in dem Moment kurz was stärker, er hat es halt draußen gemacht. Das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, für den Messaufbau ist das aber schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Okay, jetzt machen wir es ein bisschen krasser. Hier sehen wir jetzt, die Erwartung wäre in dem Fall 33%. Das Modul ist der Länge nach halb verschattet und wir erwarten jetzt, dass 4 von 6 Bereichen bei 0% sind und 2 von 6 Bereichen bei 100%. Also sollten die Module ziemlich genau ein Drittel der Leistung noch bringen, also circa 33%. Was hat Martin gemessen? 29%. Also auch hier würde ich sagen, passt ziemlich gut. Das ist ungefähr das, was wir hier auch erwarten würden. Halten wir fest, das Modul hier tut genau das, was es soll und die Teile bei Warentest werden das vermutlich auch getan haben, wobei ich denke, dass die noch genauer testen konnten. Deswegen haben die in meinen Augen eigentlich nur das ganz normale Verhalten von PV-Modulen gemessen, plus die unterschiedliche Anzahl an Zellen, plus Fransen an der Pappe und wahrscheinlich auch noch die Lage. So, jetzt fragen wir mal Professor Hundhausen, das war jetzt meine Meinung, was er dazu sagt. Ist dir klar, was die hier eigentlich gemessen haben beziehungsweise getestet haben, insbesondere der hier gezeigte Schattentest? Sag mal Martin. Nee, ehrlich gesagt habe ich es nicht verstanden. Sie haben irgendwie geschrieben von Halbbedecken, von Viertelbedecken, Diagonal und aus den Erklärungen heraus kann ich wirklich nicht sagen, was die genau gemacht haben. Ich mache dazu Messungen, in meinem Video werde ich das zeigen und dann können wir mal sehen, dass das alles unterschiedliche Ergebnisse bringt. Ja, Stiftung Warentest hat mich am 3.05., also am Freitag um circa 13 Uhr angeschrieben und mich persönlich um ein Gespräch gebeten. Also ich sage jetzt mich, weil die haben mich eingeladen, das ist nämlich wichtig jetzt. So, und das für den darauffolgenden Montag um 14 Uhr. Also wir haben direkt einen Terminvorschlag gemacht, finde ich gut, dann kann man direkt irgendwie sagen, ja oder nein. So, ich habe den dann am Montag um 8 Uhr, weil ich es übers Wochenende nicht mehr gesehen habe, direkt zugesagt. Also wirklich direkt am Morgen ist das Erste, was ich gemacht habe. Sag, ja, voll super, machen wir gerne. Und habe denen dann auch einen Besprechungslink noch dazu geschickt und auch Professor Hundhausen eingeladen, weil ich dachte, macht Sinn, wenn wir dann alle zusammen sprechen, weil er auch mit recherchiert hat und dann können wir das Ganze hier ordentlich über die Bühne bringen. Ja, wir waren da, aber sonst war halt leider niemand da. Also keine Absage, nichts, nicht auch mal im Spam oder so. Also, man nimmt man jetzt mal meine ganze Vorbereitung und die Wartezeit und alles, was wir da jetzt hatten rein. So hat mich das gute anderthalb Stunden gekostet. Naja, wie viele Wissen betreibe ich hier das Ganze immer noch neben meiner eigentlichen Arbeit als Wissenschaftler. Was richtig kacke ist, ich habe halt zwei kleine Kinder und ich will die halt auch unbedingt sehen. Und ja, anderthalb Stunden sind für mich einfach unfassbar viel Zeit, die ich hier komplett verschwendet habe. Und viele berufstätige Eltern können wir das, glaube ich, ziemlich nachfühlen. Ja, so ein Scheiß geht dann einfach von dieser Zeit ab und das ohne irgendeinen Nutzen, ganz ehrlich, bei sowas, da könnte ich einfach nur noch schreien. Ich finde das einfach ignorant, richtig fies. Also, ganz ehrlich, das fand ich wirklich, wirklich scheiße. Ja, und am Ende, die haben ja mich eingeladen. Und Professor Hundhausen saß auch mit mir da. Sie haben dann, wie gesagt, beide unsere Däumchen gedreht, haben uns gut unterhalten, alles cool, aber wie gesagt, schön war das nicht. Fragen hätten wir auch genug gehabt. Also, auch das wäre sicher interessant gewesen. Das Thema macht mich wirklich betroffen, denn da hat eine so große Organisation mit einem demmaßen hohen Ansehen und Erreichweite jetzt mal die Chance, hier wirklich zu helfen und die Hilfe wäre nötig gewesen. Denn Discounter und Baumarktkraftwerke zum Beispiel haben ich und viele meiner YouTube-Kollegen wie Christian von der Kanal oder der Fachwerker und viele andere getestet. Und das Ergebnis damals war einfach eine absolute Katastrophe. Und ja, Stiftung Warentest so, kein einziger Discounter, machen wir nicht, ja. Stattdessen wurden, soweit mir bekannt, eigentlich ziemlich ordentliche Shops wie Juma oder Maxi Sun oder sowas mangelhaft reingedrückt und das trotz guter Teilnoten. Also auch was, wo man erst mal so denkt, so hä? Und das mit den Teilnoten liegt daran, dass drei Shops, also diese drei Shops, von denen ich da jetzt gesprochen habe, den Heumalz HM800 Wechselrichter verwendet haben und die Bundesnetzagentur dort EMV-Messungen gemacht haben und dort gemerkt haben, dass das Ding halt gewisse Funkstörungen verursachen kann und dem Vertrieb dann untersagt hat. Sodass es da jetzt schon lange Nachfolger gab und die ganzen betroffenen Shops den auch schon lange nutzen, also auch während dieser Zeit und dass der Heumalz, wenn man ganz ehrlich ist, also wenn die EMV-Probleme jetzt für dich nicht so ein Stress sind, dazu gleich noch mehr, eigentlich ein mega geiler Wechselrichter ist, weil er einen guten Wirkungsgrad hat und er unterstützt die OpenDTU-Schnittstelle. Ihr könnt also Daten auslesen und den Wechselrichter sogar steuern und das zwar ohne China-Cloud und das finde ich ziemlich geil, juckt die alles nicht. Also haben die auch gar nicht getestet. Und dass die Shops dafür auch eigentlich gar nichts können, wenn man mal ehrlich ist, da die EMV-Verträglichkeit eigentlich mit der CE-Prüfung gemacht wird, also das heißt direkt am Anfang, wenn so ein Ding hier in den Markt kommen soll und die Shops natürlich völlig berechtigt davon ausgehen, dass alles okay ist, auch ignoriert. Die Note wird aber am Ende und das finde ich das große Problem, dem Shop zugeschrieben und nicht dem Hersteller dieses Geräts in dem Fall und das ist irgendwie scheiße. Und das hätte Stiftung Warentest hier auch einfach viel klarer differenzieren können und den Leser aufklären müssen und das haben die nicht ordentlich gemacht. Und der Schaden für diese Shops wird halt wirklich enorm sein. Ja, Discounter, wie gesagt, haben die gar nicht getestet und hier bin ich wirklich einfach nur sprachlos über diese Vorgehensweise. Leute, da arbeiten Menschen und die machen eigentlich einen guten Job, die beraten Leute halt und so weiter und helfen das Ganze irgendwie auch vorwärts zu bringen und ihr zerstört die einfach mal so. Also sowas sollte man wirklich nur tun, wenn man sich zu eine Million Prozent sicher ist, was man da tut. Ja, auch der Ablauf und die Kommunikation zwischen Warentest und den Shops, die war wohl auch nicht so optimal. Und deswegen habe ich Juma auch nächste Woche mal im Interview und dann sollen die einfach mal erzählen, wie das alles abgelaufen ist und wie sie damit umgehen jetzt auch. Ja, also Abo nicht vergessen, um hier am Ball zu bleiben. Okay, was ist jetzt mit dieser magischen EMV-Messung? Ähm, magisch nicht. Was ist jetzt mit der EMV-Messung? Also betrifft euch das? Ist das irgendwie scheiße für euch? Das erkläre ich euch jetzt. Die Bundesnetzagentur hat zum Heumals HM800 folgende Meldung rausgegeben und den weiteren Vertrieb untersagt, den Betrieb aber nicht. Das führte auch dann zu dem mangelhaft bei Stiftung Warentest für diese drei erwähnten Shops. Leider wurde bei Stiftung Warentest nicht beantwortet, was das für euch konkret bedeutet beziehungsweise welche Frequenzen da betroffen waren, was das für euch jetzt eigentlich heißt. Ich glaube, die meisten können damit nämlich wenig anfangen. Die Bundesnetzagentur schweigt natürlich sowieso, müssen die glaube ich aber auch, weil das noch ein laufendes Verfahren ist. Aber Details wären schon echt hilfreich. Ein paar davon habe ich aber, deswegen das erzähle ich euch jetzt. So, es geht darum, dass die elektromagnetische Verträglichkeit scheiße ist. Also das Ding funkt irgendwie fleißig und stört damit möglicherweise andere Geräte. Und jetzt ist die Frage, in welchen Frequenzen funkt es und welche Geräte werden gestört. Und ich habe durch meine Kontakte einige geleakte Daten bekommen und habe folgende Frequenzen gesagt bekommen, dass die betroffen sind. Das ist einmal bei 2,807 Megahertz und bei 140,67 Megahertz. Und was bedeutet das jetzt? Also, als allererstes euer WLAN bei 2,4 Gigahertz oder 5 Gigahertz, was viel höher ist, sollte sich damit eigentlich nicht beißen. Also ich denke, das dürfte die meisten schon mal beruhigen. Was könnte denn betroffen sein? Bei 2,087 Megahertz, das wäre Mittelfrequenz. Und da sind zum Beispiel folgende Dienste, die Störungen erfahren könnte, wenn der Wechselrichter nah genug ist. Das sind Mittelwellenrundfunk, Kurzwellenrundfunk teilweise, militärischer Flugfunk, Lawinenverschüttsuchgeräte, Amateurfunk. Ich glaube, dass die Sachen jetzt halt, wie gesagt, für die meisten Leute keine so große Rolle spielen. Besonders muss ja die Distanz auch irgendwie nah sein, damit da was passiert. Deswegen gucken wir uns die andere Frequenz noch an. Das sind 140,67 Megahertz. Das dürftet ihr eher kennen. Das ist nämlich UKW- bzw. Ultrakurzwelle. Und da fällt schon ein bisschen mehr drunter. Zum Beispiel Fernsehen über Antenne, Funknavigation, Flugfunk, UKW-Rundfunk, also das Radio, was ihr so normalerweise kennt, DAB+, fällt auch da drunter, DVB-C, also auch Fernsehen wieder, Radar, BOS-Funk, Amateurfunk und Seefunk. Also hier haben wir jetzt tatsächlich mal einige Funkdienste, die damit runterfallen. Beide Frequenzbereiche sind auch relativ nah an RFID. Vermutlich ist das auch nicht so von Relevanz, aber ich möchte es der Vollständigkeit trotzdem erwähnen. Diese Dinge könnten halt, wie gesagt, beeinträchtigt werden, beziehungsweise Störgeräusche könnten auftauchen, wenn der Wechselrichter dann nah genug ist. Was wir auch mitbekommen haben, ist, dass für das CE-Zertifikat, was ja am Anfang ausgestellt werden muss, eine andere Norm verwendet wurde, als es die Bundesnetzagentur anscheinend getan hat. Also auch hier gibt es wohl noch irgendwie Diskrepanz bei der Norm und der Messung. Das sind jetzt so alle Infos, die ich bekommen habe. Ich konnte die jetzt auch nicht 100% verifizieren, das möchte ich dazu sagen. Und werde das jetzt einfach unkommentiert so stehen lassen. Das ist das, was ich habe. Und wie gesagt, ihr wisst, ich bin immer 100% transparent und haue alles raus. So, unser Fazit. Ich persönlich kann weder die Bewertung verstehen, besonders die extreme Abwertung der ansonsten guten Shops. Wie gesagt, weil es die Shops sind, die hier bewertet werden in meinen Augen. Ich kann auch nicht verstehen, dass kein einziger Discounter getestet wurde. Das hätte richtig geholfen. Auch technisch fand ich die Tests ein bisschen komisch. Zum Beispiel die Schattenmessungen fand ich sehr fragwürdig. Ein bisschen konnte ich nicht ganz verstehen. Fairer und sinnvoller wäre in meinen Augen gewesen, die einzelnen Geräte zu testen. Also Wechselrichter, Module und Aufhängungen. Und dann auch die Hersteller entsprechend zu bewerten. Das wäre fair gewesen. Das hätte dann auch die richtigen Leute getroffen, die man hätte treffen müssen auch hier. Bei der Verantwortung und Reichweite und auch dem großen Renommee von Stiftung Warentest sicherlich insgesamt für mich fragwürdig. Und was ich hier auch noch zu beanstanden habe, dass es für mich viel, viel wichtiger gewesen wäre, hier Aufklärung zu betreiben. Also die Erklärung mit dem Schatten oben zum Beispiel. Wenn ihr diese sechs Bereiche kennt, dann wisst ihr das ja und könnt das auch irgendwie planen, euren Schatten oder so, wenn ihr das wisst, dann kann man die Module sinnvoll aufhängen und weiß dann irgendwie, ah, alles klar, wenn der Bereich verschattet wird, ist das nicht so schlimm oder dann fällt so und so viel Prozent weg. Das hilft euch ja auch. Also sowas hätte, glaube ich, sehr, sehr geholfen. Das jetzt insgesamt fand ich ein bisschen dünn. Zudem befürchten wir auch, dass es für große Verunsicherung gesorgt hat. Und deswegen nochmal das Schlussstatement von Professor Hundhausen. Was glaubst du, hat das Ganze für Verunsicherung gesorgt? Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Das mit den Balkonkraftwerken ist doch eine tolle Sache. Die Leute können einfach mal was probieren, können rangehen, können eigene Erfahrungen sammeln. Und wenn sie dann gleich am Anfang so demotiviert werden mit ist nicht alles eitel Sonnenschein und sich Gedanken machen für Dinge, die gar nicht so relevant sind, dann schadet das doch schon ein bisschen auch der Akzeptanz, sich da zu engagieren. Wir sind gleich oczywiście Busse. Düssel Scenkel auch auf dem Mal. Super Sport Fahr低. Bis heuteday. Wir sind auch immer validation von dem doivent. Untertitelung des ZDF für funk, 2017